Es sind die ersten Bilder von der Terrorattacke auf den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz. Aufgenommen von einer Dashcam aus dem Auto eines Augenzeugen. Berlin-Charlottenburg, Montagabend 20.02 Uhr. Die Ecke Kant-Hardenberg-Budapester Straße. Der Lkw fährt mit hoher Geschwindigkeit aus der Hardenbergstraße ungebremst auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Sekunden später. Menschen fliehen vom Tatort. Kurz danach biegt der Augenzeug mit seinem Auto aus der Kantstraße in die Budapester Straße ein. Dort ist der Lkw zum Stillstand gekommen. Bei dem Angriff sterben zwölf Menschen. 48 werden verletzt. Lkw zum Stillstand. Untertitelung des ZDF, 2020